Ey, DJ, spiel doch mal was Gutes. Irgendwas. Bloß nicht das hier. Oder Hip-Hop. Hast du Cindy Lorbeer oder Agathe Bauer? Ey, kann ich mir mal ne CD brennen? Kannst du von Helene Fischer das Helene Fischer Lied spielen? Ähm, spiel mal das eine Lied mit Put Your Hands Up. Ey, ich bin auch DJ. Könnt ich mal ein paar Übergänge machen? Spiel doch mal das eine mit dem Bass und der Stimme. Wow, haben alle neuen Vinyl so viele Tracks drauf? Ey, du machst echt geile Mucke heute. Aber lass die Übergänge weg, die nerven nur. Ey, DJ, spiel mal was von Zweiraumteilung. Ja, was kostest du, wenn man dich für ein oder vielleicht zwei Stunden auf Geburtstag buchen will? Brauchst du da eigene Technik? Ey, DJ, spiel mal Lied Nummer 4 aus dem Jamba-Sparpark. Ey, sag mal, magst du die Musik selber? Ey, Alter, im Auto hab ich bessere Musik. Ey, ey, kannst du mal Schranz spielen? Hast du, hast du? Kannst du Schranz? Hast du Schranz? Ey, äh, also wenn die Musik vom Laptop kommt, was machst denn du dann hier? Ey, mach mal schneller! Ey, jetzt spiel mal sofort mein Lied oder ich kenn den Chef hier. Ey, hallo Typ, hallo Typ. Ja, was hast denn du so für Musik? Mh, DJ, kann ich mal schratschen? Hallo, ich bin der Ingold. Kannst du mal das Stück von meinem Telefon spielen? Hä? Hallo, DJ, hallo! Kannst du mal die Musik leiser machen? Wir würden uns gerne unterhalten. Ja, kannst du mal mein Bier halten? Ich muss mir mal die Schuhe zumachen. DJ, DJ, spiel jetzt das Lied mit Ei, äh, das immer bei den Reportagen läuft. Guck, guck, hallo, ich hab da... Ey, ja, ich weiß zwar nicht, wie das Lied heißt oder wer das singt, aber in dem Video, da fahren welche mit Autos. Moin, moin, ich hätt gern zwei Bier, zwei Jägermeister und die Pizzakarte. Ja, hi, ähm, ja, ähm, was spielst du denn als nächstes? Äh, okay, äh, DJ, spiel doch mal was Spanisches. Ähm, spielst du mal hier, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt. Äh, weiß auch jetzt nicht, wer das singt, aber, ähm, warte mal, äh, weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es geht. Aber was musst du da wissen? Bist du für ein DJ? Musst du haben? Hm, hier mal bitte stopp, ich wollte nachher erst zu diesem Lied tanzen. Mach es doch bitte jetzt wieder aus und in 20 Minuten nochmal an. Okay, danke. Hier, Bima von Karat, das Lied City am Fenster. Hi, spiel doch mal was von Toten Hosen, ich zeig dir auch meine Titten. Bist du hier der DJ? Nein, ich bediene die Pinkelbecken fern. Oder denkst du, die Spülung geht von allein an? Hallöchen, kannst du mal, äh, spielen? Hab ich gerade. Na und, da war ich doch noch gar nicht da. Ich glaube, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Nein, nein, ich bin gerade erst gekommen. Ach, schade, ich dachte, du kommst heute nochmal mit mir zusammen. Hä? Ey, spiel mal was Cooles. Bist du wahnsinnig? Ich pack mir doch nichts Cooles in die Player. Hier, spiel das Beine Lied doch bitte nochmal. Schatz, ich will ganz ehrlich sein. In meinem Alter kann ich nur einmal pro Nacht. Es sei denn, du beweist mir das Gegenteil. Ey, ey, Keule, wenn du das spielst, ja, dann tanzen sie alle. Oh, ich hab mich schon gefragt, warum mir nichts geht. Danke für den Tipp. Oh, DJ, hallo, ja, hallo, DJ. Wann spielst du denn endlich mal Musik? Na, wenn das Hörbuch, das gerade läuft, fertig durchgelaufen ist. Ich kann jetzt nicht abbrechen, weil alle aufs Ende warten. Nein, kannst du auch mal was anderes spielen? Na klar, danach kommt gleich ein anderes Lied. Hallo, spiel mal noch schnell den Song, ich gehe gleich. Okay, zieh deine Jacke an, bezahl deine Karte und komm wieder her. Ich will sicher gehen, dass du auch wirklich abhaust. Hey, DJ, zu deiner Musik, da kann ich nicht tanzen. Du kannst überhaupt nicht tanzen. Ey, ich bin auch DJ, ne? Na, eigentlich machst du mehr für mich und so und hoff, dass ich mal jemanden kennenlerne. Ja, vielleicht mache ich dann eventuell mehr. Das überlege ich mir aber noch. Ja, sag mal, was hältst du von dem neuen Controller hier für 29 Euro? Ist doch super, oder? Ich hatte bis letztens die für 15 Euro, aber die sind bei einem Geburtstag von einem Kumpel weggebrochen. Rock'n'Roll und so, ey. Willst du was trinken? Ja, dein Blut. Hallo, hallo, hallo. Kannst du mal bitte die so Lied spielen? Ja, aber das läuft doch gerade. Ja, ich weiß, aber der Song ist so geil. Hast du Helene Fischer da? Ja, warte, die habe ich heute selber noch nicht gesehen. Die müsste aber schon im Laden sein. Such einfach mal. Oh, kannst du mal Kolecki spielen? Ja, spiel gleich Dieb. Nee, Dieb mag ich nicht. Mir ist langweilig. Hm, mir auch. Spiel doch ein bisschen an deinen Nippeln rum, dann ist uns beide vielleicht nicht mehr langweilig. Hi, DJ. Hast du nix härteres? Ja, mein Penis. Hallo, DJ. Du sagst jetzt mal bitte durch, dass die Lina ihren Tom über alles liebt. Ja, komm, ich war zu lange. Ja, okay, kein Ding. Achtung, eine Durchsager. Die Lina möchte sich bei Tom entschuldigen, dass sie mit seinem ganzen Freundeskreis gefögelt hat. Sie hat es nur getan, um sicherzugehen, dass Tom auch wirklich den Größten hat. Ja, DJ. Spielst du auch Musikwünsche? Ich hätte gern... Ja, das läuft gerade. Ah, geil. Na, dann warte ich noch. Aber mach hin, meine Leute wollen heim. Alter, dein Lied läuft gerade. Welches? Dein Musikwunsch. Wieso brüchst du mich an? Bist du gestresst? Nee, alles geil. Prost. Prost. Sag mal, spielst du auch Musikwünsche? So, spielst du mal Mobi? Hab ich heute schon zweimal gemacht. Na, mach doch nix. Dann jetzt eben das vierte Mal. Ja, spiel mal böse Onkels. Ja, aber unter einer Bedingung. Die wäre... Du musst wirklich mehr Sport machen, Keule. Du siehst so abgemagert aus, da macht man sich ja Sorgen. Na, du bist ja ganz schön arrogant. Oh, danke. Und ich dachte schon, es hat nicht funktioniert. Ey, DJ, ich hab heut Geburtstag. Ich habe heut auch Geburtstag. Wir alle haben heut Geburtstag. Was passiert, wenn du DJ bist, wirklich Geburtstag hast, einen Clubbesuch in einer anderen Location machst, wo du den Chef kennst und du auch schon mal aufgelegt hast und du den Newcomer Resident der im Schweiße seiner Pflichterfüllung zur Hauptzeit mit der Tanzfläche kämpft, um einen Musikwunsch bitten willst? Moin, Keule. Ich bin auch DJ und ich hab heut Geburtstag. Ich kenn den Chef hier und hab einen Musikwunsch. Ich kann auch einen Stick aus dem Auto holen oder ich kann ihn auch selber auflegen, wie du willst. Wenn du das spielst, dann tanzen sie alle. Klar. Stefan. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020